Folgt eurem Herzen und macht endlich mal was anderes. Geht auf Reisen, macht das. Geht in die weite Welt hinaus. Es ist am Anfang schwierig, aber nach ein paar Wochen pegelt sich das ein und du bereust nichts mehr. Du kannst jeden Tag was anderes machen. Du kannst jeden Tag etwas anderes sehen. Schaut mal, wo ich bin. Hier gibt es so viele Sachen zu erforschen und zu entdecken. Also, eins vorneweg. Ich betreibe Intervallfasten. Das bedeutet, zwischen 16 und 18 Stunden lang esse ich nichts. Nada. Gar nichts. Und das ist tatsächlich nicht immer einfach. Zumindest war es das am Anfang. Und auch hier kommt wieder mal das Reisen ins Spiel. Denn auf Reisen ist Intervallfasten so viel einfacher. Du hast nicht diesen Alltag, sondern du bist extrem abgelenkt. Und zwar im positiven Sinne. Du denkst nicht mehr so viel über das Essen nach, wie zu Hause in deinem Alltag. Ja, Frühstück, Mittag, Abend. Nee, hast du ja nicht. Aus dieser Gewohnheit kannst du auf Reisen so einfach ausbrechen. Isst du gerne gesund? Ja? Dann ist dieser Film genau das Richtige für dich. Denn nur weil man auf Reisen ist, heißt das noch lange nicht, dass man sich nicht richtig ernähren kann. Und vor allem gesund. Und ich zeige dir in diesem Video, wie du dir unterwegs eines der leckersten und gesündesten Müslis zubereitest. Porridge oder wie auch immer das Zeug heißt. Wir nehmen uns natürlich einen Teller. Es geht einfach los. Greifen wir in den Schrank. Haferflocken. Mega gesund. Vitamine sind drin. Ballaststoffe. Und ein Haufen Hafer. Eine Handvoll. Eine Handvoll Haferfocken. Haferfocken. Na, nee, nicht ganz so viel. So. Dann als nächstes füge ich hinzu. Leinsamen. Geschrotet. Ganz, ganz wichtig. Weil sonst gehen die einfach durch. Vorn rein, hinten raus. Nein, geschrotet sollen sie sein. Dann entfalten sich wirklich die gesunden Eigenschaften der Leinsamen. Oh, fuck. Das müssen nicht die Chia-Samen sein, die teuren. Nein, Leinsamen tut es auch. So. Dann, ganz, ganz wichtig. Das sind Flohsamen. Da ungefähr einen Löffel. Wenn ihr die Flohsamen einfach so mal essen solltet, dann immer mit genügend Wasser. Denn die Quellen ordentlich, die saugen das Wasser auf. Die saugen das Wasser auf wie ein Schwamm. Fürs Erste reicht mir das. So. Hafer. Das ist nicht fertig. Das ist nur der erste Teil. Klar, oder? Das wird jetzt hier ein bisschen verrührt. Das lasse ich jetzt für ungefähr 1, 2, 3, 4 Stunden stehen. Je länger, umso besser. Alles, was vollgesaugt ist, ist gut. Wie Schwämme zum Beispiel. That's the shit. Das dauert jetzt ein bisschen, wie gesagt. Und was gibt es Schöneres als warten? Und ich würde sagen, in der Zwischenzeit vertun wir uns ein bisschen. Okay, los geht's. Achtung. Haben wir alles? Fuck, ich muss vergessen. Ach, wenn man nicht an alles selber denkt. Mensch, da stellt sich wieder an, der Junge. Okay. Alright, how did it go? Ach, herrlich. Eine Minute zu Fuß von deinem Zuhause. Ein wunderschöner Strand ist menschenleer. Keine Sau da. Kein Sand, sondern so kleine Steine. Ich liebe das, ne? Ne, ne, ne. Herrlich. Da guckst du nicht schlecht, ja? Kein Mensch hier. Das ist doch cool, ey. Schau dir diese Felsen an, ne. Aber vom Feinsten. So, und schau mal, da oben. Da oben, in Sichtweite, die schwarze Perle. So, jetzt geht's rund. Also, Müsli Especial. Da kommt jetzt rein eine Karotte. Schaut mal, wie dick das geworden ist. Könnt ihr euch an die dünne Brühe erinnern? Ein Apfel. Bio-Apfel gibt es übrigens auch in Spanien. Kerne soll man eigentlich nicht essen, aber in den Kernen ist was ganz, ganz Tolles drin. Ich weiß, ich hab vergessen, was es war. Das hilft gegen alles. Deshalb mach ich immer so einen halben Kern mit rein. Kokosmehl. Das hier hab ich aus dem DM. Richtig geiles Zeug, ne? Das ist natürlich nicht Mehl wie Weizenmehl, wo du irgendwie so ein Pappenau kriegst, der was ganz komisch ist. Sondern nein, das kannst du richtig essen. Da kannst du natürlich damit kochen und backen. Aber du kannst es auch einfach ans Müsli ran machen. Es hat Proteine, es hat Ballaststoffe, es ist natürlich glutenfrei. Und es schmeckt lecker nach Kokos. Dann mach ich da meistens noch Kokosflocken ran, weil ich mag Kokos. Natürlich Zimt. Reguliert den Blutdruck, den Blutzuckerspiegel und alles. Zimt, natürlich nur der Originale aus Ceylon und natürlich Bio. Ich verzichte komplett auf Zucker. Jetzt meine Lieblingszutat. Ah, da steht's. Bio-Olivenöl. Ja, viele werden denken, äh, was? Mach das mal. Das schmeckt richtig gut. Hammermäßig gesund. Und jetzt mach ich da noch, damit's ein bisschen crunchy ist, Bio-Kornflakes aus dem Aldi. Nee, stimmt gar nicht. Die gibt's im Lidl. And that's pretty much it. Manchmal, wenn ich Bock habe, mach ich da noch eine Brise Kaffee drauf. Und wenn ich da ein bisschen mehr drauf mache von dem Kaffee, dann hab ich da sogar ein Koffeinflash. Und werde nicht müde nach dem Essen, ne? Natürlich kannst du da Honig ranmachen. Guten Bio-Honig. Das ist gesund und in Maßen absolut okay. Ah, und ganz zum Schluss vergessen, eine Brise Salz. Gutes Himalaya-Salz oder Meersalz. Da kannst du auch mal ein bisschen mehr nehmen, ne? Das ist voller Mineralstoffe. Und auch nicht wirklich groß bedenklich. Insofern ich da nicht ein Kilo esse jeden Tag. Das ist das beste Müsli aller Zeiten. So, jetzt noch ein Schluck Bier ran. Sieht jetzt nicht so lecker aus wie in einer Zeitschrift oder in einer Food Photography, ja. Aber es schmeckt geil. Das Ding muss nicht gut aussehen, es muss gut schmecken. Das ist wie mit... Also, ihr wisst schon, ja. Schon ein bisschen, ne? So, Essenszeit. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Probiert's mal aus und sagt mir, was ihr davon haltet. Schmeckt's euch, schmeckt's euch nicht, was auch immer. Wir sehen uns bald. Hast du Lego? Bleibt gesund und entspannt. Und tschüss. Das ist so lecker. Hammer. Probiert's aus.